Der Rest ist noch um die 50 Euro, das heißt, wenn ihr das haben wollt, ich weiß wirklich nicht, wie lange diese Version so reduziert bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um ein ganz spezielles Produkt, was viele von euch sich gewünscht haben, dass mal wieder etwas darüber kommt. Es geht um den Marklife P11 Handy Etikettendrucker. Der hat bis vor kurzem noch um die 50 Euro regulär gekostet. Jetzt wurde er reduziert. Ich weiß allerdings nicht, wie lange man diesen Preis so lässt. Deswegen, wenn ihr ihn haben wollt, jetzt für 32 Euro erhältlich, ist der Link für euch einmal unter diesem Video in der Infobox, was dieser Etikettendrucker alles kann, für wen er sich eignet etc. Das schauen wir uns in diesem Video einmal an. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Und ich versuche euch, so schnell wie möglich alles zu diesem Produkt zu beantworten. Der Marklife P11 Bluetooth Etikettendrucker für euer Smartphone. Und da ist es auch komplett egal, ob Android oder iOS. Ihr könnt beide Betriebssysteme ohne Probleme mit diesem Drucker einmal bedienen. Grundsätzlicher Zweck dieses Etikettendruckers liegt auf der Hand. Etikettendrucken tatsächlich. Und zwar in lustigen Formen, Farben und natürlich dementsprechend entweder für den Business oder für den Home-Stack optimal geeignet. Was mich hier begeistert, ist einfach die Praktikabilität. Das Gerät ist auf gar keinen Fall zu groß. Es ist super, super schnell mit der App gekoppelt. Die App könnt ihr euch dann dementsprechend im Google Play Store oder im iOS App Store einmal runterladen. Und könnt, wie gesagt, innerhalb weniger Sekunden diesen Etikettendrucker verbinden. Das Ganze läuft über Bluetooth. Also auch hier stabile Verbindungen auf jeden Fall. Was ihr dann machen könnt, ihr könnt ganz einfach in der App eure Etiketten, die gedruckt werden sollen, einmal konfigurieren. Ihr könnt auch sehr, sehr lustige Etiketten tatsächlich machen mit Mustern etc., so wie ihr das gerne hättet. Oder tatsächlich aus eurem Foto eine Rastergrafik machen, um das Ganze zu personalisieren. Nutzt ihr es rein für einen geschäftlichen Zweck, dient es natürlich hauptsächlich dazu, Schriften auf verschiedene Dokumente etc. zu bringen. Auch das kann er selbstverständlich logisch auch mit verschiedenen Schriftformen, Schriftfarben in verschiedenen Dickegraden etc. Und dann könnt ihr das innerhalb weniger Sekunden auch ausdrucken und es funktioniert wirklich hervorragend. Die Qualität der MarkLive Drucker ist wirklich richtig gut, drucktechnisch. Man erkennt alles sehr, sehr schön und vor allen Dingen die Etiketten sind hochwertig. Ihr bekommt sie ohne Probleme nachgekauft und die Bänder sind tatsächlich nicht teuer. Was hier ganz besonders hervorzuheben ist, ist, dass genau diese PL-Version derzeit 32 Euro kostet. Der Rest ist noch um die 50 Euro. Das heißt, wenn ihr das haben wollt, ich weiß wirklich nicht, wie lange diese Version so reduziert bleibt. Ob es sich hier tatsächlich nur um eine kurzfristige Aktion handelt, nutzt es auf jeden Fall aus. Ich habe den jetzt schon seit einigen Monaten im eigenen Sortiment und vor allen Dingen auch im Gebrauch und bin super zufrieden damit und möchte definitiv keinen Oldschool-Etikettendrucker mehr nutzen. Das Ding ist definitiv viel, viel praktischer. Link, wie gesagt, für euch unter diesem Video in der Infobox. Bei Fragen gerne einfach alles in die Kommentare schreiben und ich versuche es so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen, natürlich, dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute, passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao!